Musik Ich habe euch heute Abend noch eine Geschichte mitgebracht, die kommt aus dem Buch der Könige aus dem alten Iran. Und sie ist doch gar nicht so weit weg, wie es vielleicht scheinen mag, denn sie spielt auch in den Berl. Musik Musik Bis der Schar eines Tages sagte, sah, komm her, es ist Zeit zu heiraten. Und dann standen sie einander gegenüber. Und die Dichter sagen, dass er sagte, dein Haar ist wie das Gefilde eines Raben und deine Augen sind wie man sitzen. Und deine Lippen wie krumalen des Meeres. Aber in Wirklichkeit sagte er, hallo. Musik Applaus 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 Vielen Dank.